Einen wunderschönen guten Abend senden wir Ihnen heute ins RegioTV-Land hinaus. Heute haben wir im BW-Journal unter anderem diese Themen vorbereitet. Nicht nur für Kerle, ein Frauen-Rugby-Team tritt bei den Highland Games an. Nur noch knapp 13 Tage bis zur Bundestagswahl bedeutet auch Endspurt im Wahlkampf für die amtierende Bundeskanzlerin. Und das ist die Dame hier, Angela Merkel. Beim Landesparteitag der CDU Südwest hat sie am Samstag ihre Reihen auf Linie bringen wollen. Cara Ballerin und Michael Scheier berichten. Bevor die Kanzlerin den Saal betritt, muss alles stimmen. Die Musik, das Licht, die Stimmung, der Bildhintergrund. Die Auftritte von Spitzenkandidaten werden schließlich genauso inszeniert, als wären sie Popstars. Bundeskanzlerin Angela Merkel schaut am Samstag auf den Parteitag der Südwest-CDU vorbei, um die Parteimitglieder auf den Endspurt der Bundestagswahl einzustimmen. Auch wenn die CDU sich über aktuelle Umfragen freuen kann, zählt immer noch jede Stimme. Heute sind wir Stabilitätsanker in Europa, weil wir so viele Arbeitsplätze geschaffen haben, weil wir heute allein 5 Millionen mehr sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse hatten, als das vor 12 Jahren der Fall. Doch beim Landesparteitag in Reutlingen geht es um mehr als um den Auftritt des politischen Superstars aus Berlin. Thomas Strobl wird als Landeschef zwar wiedergewählt, aber im Vergleich zu vor 2 Jahren, als Strobl noch 98% der Stimmen erhielt, sind 82% dieses Mal ziemlich mager. Als Ursache dafür sehen viele parteiinterne Querelen. Strobl und die CDU-Landtagsfraktion können nicht gut miteinander. Merkels Terminkalender ist minutiös getaktet. Selbst die Anzahl der Reporterfragen ist heute genau abgezählt. Wahlkampf bedeutet aber nicht, dass die übrige Politik auf Eis liegt. Ja, wir müssen alles daran setzen, Fahrverbote zu verhindern, denn sonst werden Menschen an das Dieselauto nicht mehr glauben. Wir wollen aber nicht, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die Zeche zahlen. Und deshalb muss die Automobilindustrie so viel wie möglich von dem Vertrauensverlust wiedergutmachen. Ein schnelles Foto noch, einen Selfie mit einem Fan und einen festen Händedruck. Dann sitzt die Kanzlerin auch schon wieder im Auto zum nächsten Termin. So wird das wohl noch die nächsten 14 Tage weitergehen. 190 Schulen in Baden-Württemberg sind an diesem Montag ohne Rektor ins neue Schuljahr gestartet. Etwa zwei Drittel davon sind Grund- und Werkrealschulen, wie das Stuttgarter Kultusministerium im Internet auflistet. Im benachbarten Bayern sieht die Lage besser aus. Das dortige Kultusministerium spricht von lediglich drei noch nicht besetzten Stellen an Realschulen. Und nun weitere Kurznachrichten für Baden-Württemberg. Schwere Vorwürfe. Laut Aussage einer Zeugin hat Firmenchef Anton Schlecker im Schlecker-Konzern keinen Widerspruch geduldet. Dies habe zu schlimmen Fehlentscheidungen geführt, die den Niedergang der Druckeriekette noch beschleunigt hätten, so die frühere Chefin der Tochterfirma Schlecker XL heute vor dem Stuttgarter Landgericht. Die Direktoren, also die Führungskräfte direkt unter dem Konzernchef, hätten keinen Mumm gehabt, Schlecker über Fehler zu informieren. In dem Prozess wird Anton Schlecker vorsätzlicher Bankrott vorgeworfen. Eröffnet. Die ersten 1,7 Kilometer des Velorings sind am Samstag in Friedrichshafen eröffnet worden. Mit dabei waren Vertreter des Gemeinderates, des Landtages, des Stadtbauamtes und des ADFC sowie zahlreiche Radfahrer. Die Radschnellverbindung umspannt in einem Halbkreis die Hefler Innenstadt und ist insgesamt sieben Kilometer lang. Das Gesamtprojekt ist mit rund 8,5 Millionen Euro für die kommenden Jahre veranschlagt. Wer am Samstag in der Esslinger Innenstadt unterwegs war, ist diesen kuscheligen Wesen begegnet. Für viele war das direkt ein Selfie wert. Insgesamt 130 Teilnehmer zogen mit dem sogenannten 5. Esslinger Suite Walk durch die Straßen der Stadt. Mit dabei waren tierische Fans aus aller Welt. Mit dem Umzug verfolgt die Gruppe kein bestimmtes Ziel. Hier steht nur der Spaß im Vordergrund. Wir machen weiter mit dem Journal BW. Baumstamm-Slalom, Fassrollen oder auch natürlich wie hier Tauziehen. Das sind nur einige Disziplinen bei den Highland Games. Die Stottische Olympiade fand am Wochenende zum dritten Mal und zwar in Stuttgart-Weil im Dorf statt. Ein Wettkampf nur für die harten Jungs? Nein, von wegen. Wir haben neben den Ludwigsburg Bulldogs auch ein Frauenteam begleitet. Jede Menge Röcke und schwere Jungs bei der Arbeit. Das sind die Highland Games in Stuttgart-Weil im Dorf. Mittendrin dieses Frauenteam. Eigentlich spielen die Stuttgarter Rugby. Doch heute geht es unter anderem um Tauziehen. Zum ersten Mal für sie. Wir machen den Regeltest. Ihr habt alle Stollenschuhe an, denke ich mal? Nein, haben wir nicht. Darf man nicht. War das eine Fangfrage? Fangfrage. Bestanden. Dann kann es ja losgehen. Und zwar gegen ein anderes Frauenteam aus Heidelberg. Wer gewinnt, verraten wir später. Vorher müssen die Rugby-Spielerinnen andere Disziplinen meistern, wie etwa Gewicht-Weitwurf. Insgesamt acht Teams treten bei den Mannschaftswettbewerben in fünf Disziplinen an. Dazu zählt auch die schottische Schubkarre. Für die Ludwigsburger Bulldogs keine leichte Nummer. Mein Kollege wiegt leider nicht gerade wenig, von daher. Etwas runder läuft es da beim Heidelberger Frauenteam. Fassvollen. Möglichst ohne die Stange zu berühren. Und dann gibt es da ja noch eine Disziplin, bei dem Teamarbeit besonders groß geschrieben wird. Baumstamm-Slalom. Sie haben vier Personen, die sind unterschiedlich groß. Da muss man sich dann vorher natürlich schon Gedanken machen. Wenn ich jetzt den Kleinsten in der Mitte habe, dann kommt der gar nicht bis zum Baumstamm. Neben den Wettkämpfen gibt es bei den Highland Games noch jede Menge schottischen Flair. Etwas für den Durst und Vorführungen, bei denen man besser vorher Wasser trinkt. Aber kommen wir zur Königsdisziplin zurück. Das Tauziehen. Hier können die Bulldogs ihr Kampfgewicht gut einbringen. Kurzzeitig war es knapp. Schon fast gedacht, das war es. Aber zum Glück haben wir noch mal Bisse und dann haben wir noch Grasgelbe. Die gelbe Macht aus Ludwigsburg beißt sich durch. Kommt bis ins Finale. Der dortige Gegner kommt aus der Schweiz. Keine Chance. Die Schweizer waren eine Nummer zu stark, oder? Ja, brutal. Also kann man nicht sagen. Die Jungs sind eingespielt. Man merkt, die machen das nicht zum ersten Mal zusammen. Und da gibt es gar nichts. Nun lösen wir auf das Frauenduell. Die Stuttgarter chancenlos. Ich glaube, unsere Kläden sind deutlich erfahrener. Nein. Nein? Wir haben auch noch nie, 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 nie Zeit ziehen gemacht. Auch in der Gesamtwertung gewinnen die Heidelbergerinnen das Frauenduell. Die Bulldogs werden trotz des Finalentzugs beim Tauziehen vorletzter. Egal, denn im Vordergrund steht der Spaß. Da sind kleine Ausrutscher erlaubt. Da haben wir es gesehen. Die Highland Games sind eben nicht nur was für die starken Kerle, sondern auch Frauen können hier antreten und auch noch jede Menge Spaß haben. Spaß hatten die Menschen aber auch anderswo in der Region Stuttgart. Mehr dazu gibt es jetzt bei uns im Nachrichtenüberblick. Für ihn ist es das goldene Jahr. Der zweifache Ringer-Weltmeister Frank Stäbler ist nach seinem Sieg in Paris jetzt auch in seiner Heimat offiziell empfangen worden. Am Sonntag feierten die Musberger ihren Frankie mit einem emotionalen Fest. Das kam so gut an, dass der mit den Tränen kämpfen musste. Stäblers Fans kämpften dagegen um Autogramme und Fotos. Der Doppelweltmeister gab sein Bestes, um alle zufriedenzustellen. Auch in Steinenbronn hat man sich besonders schick gemacht. Der Grund, Lokalmatador Marco Walz, kam am Samstag aus China zurück. Mit im Gepäck eine Silber und drei Goldmedaillen. Die hat sich der Inline-Alpin-Weltmeister bei den Weltroller-Games in Nanjing geholt. Im Spalier vor dem Rathaus gab es Umarmungen für die Fans und Glückwünsche für den 26-jährigen Weltmeister. Abgrenzung voneinander und Diskussion miteinander, das ist in einem Wahlkampf normal, zumindest bei uns in Deutschland. Oft geht es dabei sogar um Inhalte. Jetzt beschäftigen aber Wahlplakate der Ulmer AfD die Staatsanwaltschaft, deren Inhalt mit normaler politischer Auseinandersetzung rein gar nichts zu tun haben. Öseus Entsorgen steht darauf, in Anlehnung an eine Äußerung des AfD-Politikers Alexander Gauland. Auch gegen ihn wird bereits ermittelt. Jetzt stellt sich die Frage, was ist noch freie Meinungsäußerung und was ist bereits eine Straftat? Um dieses Plakat geht es. Öseus Entsorgen, ja, wird darauf gefordert. Aufgestellt wurde das Plakat bei Infoständen der Partei Alternative für Deutschland im Rahmen des Bundestagswahlkampfs in der Ulmer Fußgängerzone und in Söflingen. Das ist nicht in Ordnung, sagt die Ulmer SPD und erstattet Anzeige. Also wir als SPD sind der Auffassung, dass eine Straftat vorliegt und auch der Straftatbestand der Volksverhetzung erfüllt ist nach 130 StGB. Wir haben uns das nicht einfach so ausgedacht, sondern wir haben uns schon darüber Gedanken gemacht, wie wertet man dieses AfD-Plakat, wenn dann von Entsorgen von Menschen gesprochen wird in Anatolien oder sonst irgendwas, dann ist eine Metapher zum Müll und Entmenschlichung ganz klar da. Die Aussage auf dem Plakat stammt von einer Äußerung des AfD-Vize-Vorsitzenden Alexander Gauland und richtet sich gegen die Hamburger SPD-Politikerin und Integrationsbeauftragte der Bundesregierung Aydan Özoguz. Bei der Ulmer Staatsanwaltschaft wird jetzt ein Experte prüfen, ob in diesem Fall eine Straftat vorliegt. Die Ulmer AfD zieht sich im Recht. Vor allen Dingen in der Hinsicht darauf, dass ja die Frau Özoguz mit ihrer Aussage, dass Deutschland außer der Sprache überhaupt gar keine gemeinsame Kultur hat und Kultur überhaupt nicht zu erkennen ist, wird es eigentlich für eine ziemlich unverschämte Aussage einer Politikerin, einer Ministerin finden. Und wenn sie mit solchen Aussagen natürlich an die Öffentlichkeit geht, muss sie auch mit Gegenwind rechnen. Die AfD will das Plakat auch weiterhin bei Infoständen einsetzen. Genau das wollen die Ulmer Sozialdemokraten jetzt aber verhindern. Sie stimmen sich gerade mit Aydan Özoguz und dem Parteivorstand ab, wie man zivilrechtlich dagegen vorgehen will. Das war quasi unser Aufreger des Tages. Weiter geht es bei uns mit den Kurznachrichten aus Ulm und Umgebung. Polizei veröffentlicht Verhandlungsfotos. Gleich zweimal wurde die Synagoge am Weinhof beschädigt. Nun hat die Polizei Fotos vom möglichen Täter veröffentlicht. Am 26. August war er in Begleitung von drei jungen Männern. Er trug einen grünen Blouson, eine dreiviertellange Hose und halbhohe dunkle Schuhe. Zudem hatte er ein schwarzes T-Shirt mit dem Aufdruck 81 an. Der Mann ist etwa 30 Jahre alt, 1,80 groß und sportlich. Seine Haare sind dunkel. Seitlich trägt er zwei kleine Zöpfe. Der Unbekannte trägt einen Vollbart. Durch die Sachbeschädigung ist ein Sachschaden von mehreren 1.000 Euro entstanden. Ausreise verweigert. Die türkische Delegation von Ahlens Partnerstadt Antakya durfte nicht zu den Reichstädter Tagen anreisen. Die Vertreter der Stadt wurden mit einem Ausreiseverbot belegt. Ahlens Oberbürgermeister Thilo Rentschler bedauerte das Fehlen der Delegation. Zu den Reichstädter Tagen, dem größten Stadtfest in Ostwürttemberg, werden jedes Jahr die Vertreter der Partnerstädte von Ahlen erwartet. Bis auf die türkische Delegation waren alle anderen Vertreter anwesend. Westmauer bröckelt. Die Kaltenburg bei Gingen an der Brenz muss weiter saniert werden. Wie beim Tag des offenen Denkmals bekannt wurde, ist die Westmauer sanierungsbedürftig. Für die Sanierung sollen in den kommenden Jahren rund 380.000 Euro verwendet werden. Die Ostmauer der Burg wurde jetzt nach neunmonatiger Bauzeit fertiggestellt. Für die Sanierung der Westmauer erhofft sich die Interessensgemeinschaft Kaltenburg, die diese durchführt, Unterstützung vom Land und dem Landkreis Heidenheim sowie von privaten Spendern. Flaschendosen oder Plastikverpackungen, das alles landet nicht nur immer im Mülleimer, sondern auch leider immer mehr in der Natur, zum Beispiel in der Donau. Umweltschützer, Kanuten und Vereine aus dem Landkreis Siegmaringen sind nun dagegen gemeinsam vorgegangen und sie versuchen dabei gleichzeitig Konflikte aus der Welt zu schaffen. Müll aus der Donau fischen, das geht nicht immer nur vom Ufer aus. Am Freitag sammeln viele freiwillige Helfer aus dem Landkreis Siegmaringen den Umrad auch auf dem Fluss. Mit dabei Fischereivereine, Bootsvermieter, Naturschützer und auch der baden-württembergische Umweltminister Franz Untersteller. Doch die Aktion dient nicht nur zur Flusssäuberung, es geht auch darum, Spannungen zwischen den einzelnen Nutzergruppen an der Donau wie Angler, Bootfahrer oder Anwohner abzubauen. Hintergrund, die vom Landratsamt sind im Jahr 2012 erlassene Bootsregelungen. Mit Kontingentierung, mit Mindestpegel, Ein- und Ausstiegszeiten, Verhaltensregeln. Aber trotzdem haben wir an guten Tagen trotz Kontingentierung noch sehr viele Boote auf dem Wasser. Das können über 200 Boote pro Tag sein. Das macht Lärm, das macht Müll, das stört andere Nutzergruppen, das stört die Natur. Und das muss man immer wieder eben in Einklang bringen und versuchen im Gespräch da gemeinsame Lösungen zu finden. Und so sitzen heute ganz unterschiedliche Akteure wortwörtlich in einem Boot. 60 Personen beteiligen sich an der vom Naturschutzzentrum Obere Donau organisierten Aktion. Acht Fußtrupps sind bis Gutenstein unterwegs, die restlichen Helfer sammeln vom Boot aus im aufgestauten Bereich bei Leitz. Was in der Donau so rumschwimmt, Flaschendosen oder Styroporplatten. Allerdings hält sich die Gesamtausbeute in Grenzen. Für Ministeruntersteller ein Indikator für die erfolgreiche Umweltpolitik. Wenn wir Pfandregelungen haben, dann hat das natürlich zur Folge, dass nicht unnötig Dosen, Kunststoffflaschen und so weiter draußen rumfliegen. Bis hin dann natürlich zu den Sammelsystemen, die wir heutzutage haben. Nehmen wir mal ein Beispiel, die dualen Systeme, die unsere Verpackungen und so weiter regelmäßig einsammeln und die auch verwertet werden. Da merkt man schon, dass hier die Dinge gegriffen haben. Am Abend ist der bereitgestellte Container zu einem Viertel mit Säcken gefüllt. Auch das Müllsammeln der einzelnen Gruppierungen unter dem Jahr scheint sich bezahlt zu machen. Und so werden die Veranstalter die Sammelaktion auch ohne viel Müll als Erfolg. Die Sigmaringer Landrätin Stefanie Bürkle ist auf dem Landesparteitag der CDU in Reutlingen am Samstag in das CDU-Präsidium Baden-Württembergs gewählt worden. Die 48-jährige Juristin ist seit drei Jahren Landrätin im Kreis Sigmaringen. Außerdem sind Josef Rief aus Biberach und Norbert Linz aus Pfullendorf als Beisitzer des Landesvorstands wiedergewählt worden. Bauarbeiten wegen Biberschäden. Biber haben im Bereich des kleinen und großen Ursees wieder einmal für Unmut gesorgt. Mit ihrer aktiven Bautätigkeit haben die Nager die Stege des Wanderweges zwischen dem kleinen und großen Ursee zum Überfluten gebracht. Um die Wanderwege durch das Naturschutzgebiet wieder begehbar zu machen, wurden jetzt insgesamt 120 Meter veraltete und zu niedrige Stege erneuert. Damit der Wasserpegel sinkt, braucht es jetzt trotzdem regenfreie Tage und offene Biberdämme. Ravensburg spielt. Den schlechten Wetter getrotzt haben am Wochenende die Besucher der 29. Auflage von Ravensburg spielt. An rund 60 Ständen über die ganze Innenstadt verteilt, probierten sie mehr als 1000 Spiele aus. Etwa siebeneinhalb Stunden dauerte es, bis das weltgrößte im Handel erhältliche Puzzle fertig gepuzzelt war. 40.320 Teile hatten die Besucher im Ravensburger Schwörsaal dafür zu einem großen Bild zusammengelegt. Brücke wird repariert. Ende Juli ist ein mit Holz beladener Sattelzug an der Eisenbahnbrücke zwischen Wurmlingen und Riedheim-Weilheim im Landkreis Tuttlingen hängengeblieben. Bei dem Unfall sind unter anderem das Geländer und Kabelkanäle kaputt gegangen. Das teilt ein Bahnsprecher mit. Ziel sei, die Brücke noch dieses Jahr zu reparieren. Es sei noch unklar, ob es während der Reparatur zu Einschränkungen im Bahn- oder Straßenverkehr kommen wird. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von rund 350.000 Euro. Die Saison in der German Football League 2 Süd ist für die Ravensburg Razorbacks erfolgreich zu Ende gegangen. Das letzte Heimspiel gewann die American Footballer deutlich gegen stark dezimierte Gäste aus Wiesbaden. Über 18.000 Teilnehmer gehen auch dieses Jahr beim Einstein-Marathon an den Start. Und das in verschiedenen Disziplinen. Unter anderem 10 Kilometer, Halbmarathon, die besondere Disziplin des Handbike-Halbmarathons und die Königsdisziplin über 42,194 Kilometer. Der Marathon. Titelverteidigerin im Halbmarathon ist Alina Reh. Sie verzeichnet zuletzt große Erfolge bei den Leichtathletik-Hallen-Europameisterschaften und den Team-Europameisterschaften. Sie geht mit einem klaren Ziel an den Start. Ja, mein Ziel ist auf alle Fälle Spaß zu haben, die Atmosphäre so ein bisschen zu genießen. Und klar möchte ich auch eine gute Zeit laufen. Ein bisschen schneller als letztes Jahr, vielleicht so Richtung 1 Stunde 15, wäre nicht ganz schlecht. Und gucken wir mal, wie es geht. Aber wie gesagt, wenn ich bei Kilometer 16 dann stehe, dann muss ich halt irgendwie mich durchbeißen. Und ich glaube, es wird ja ganz einfach. Die Strecke wurde dieses Jahr leicht abgeändert. Sie führt nicht durch Pfuhl, da dort eine Messe stattfindet. Ansonsten bleibt sie gegenüber dem Vorjahr unverändert. Highlights dabei sind sicherlich die Glacier-Galerie, das Freibad, das Kloster Wiblingen und natürlich die Ulmer Altstadt mit dem Münster. Doch nicht nur das ist es, was den Einstein-Marathon so besonders macht. Wir haben ein Riesenaufgebot an Sanitäter, an Ärzten da, wo sie gut versorgt waren. Auf der Donau ist die Wasserwacht, die sie versorgt. Also im Prinzip sind sie gut, rundum gut versorgt und sie können, kann dann für sich fast nichts passieren. Für diejenigen, die beim Marathon nicht als Läufer oder Zuschauer vor Ort sind, ergeben sich einige Einschränkungen im Verkehr und der Parksituation. Die Anwohner wurden dahingehend bereits informiert. Die Polizei bittet vor allem, die Halteverbote einzuhalten, denn die Strecke wird schon frühmorgens abgesperrt. Am besten ist es aber sowieso, einfach vorbeizukommen. Die Saison in der German Football League 2 Süd ist für die Ravensburg-Razerbergs erfolgreich zu Ende gegangen. Das letzte Heimspiel gewannen die American Footballer deutlich gegen stark dezimierte Gäste aus Wiesbaden. Weil es für die Wiesbaden-Fantoms um nichts mehr ging, reisten sie nur noch mit einem kleinen Kader nach Weingarten. Einzig der starke Running Back Cordarius Mann, der kurz nach der Halbzeit den ersten Touchdown für Wiesbaden schaffte, sorgte für etwas Gefahr in der Offensive der Phantoms. Ansonsten hatten die Ravensburg-Razerbergs beim 42 zu 14 Heimsieg im Lindenhof-Stadion allerdings überhaupt keine Mühe. Da spielte es letztlich auch keine Rolle, dass Alexander Borgmann ganz kurzfristig den Job als Quarterback übernehmen musste. Ich war noch in Stuttgart, weil ich dort die U17-Auswahl trainiert habe, die Receiver dort. Und da habe ich quasi einen Anruf bekommen und gehört, okay, morgen ist deine Zeit als Quarterback wieder da. Ravensburgs Lenise McFerrin, der erfolgreichste Running Back der diesjährigen Zweitligasaison, war von den Wiesbadern fast nicht zu stoppen. Gleich im ersten Angriff lief McFerrin allen Phantoms-Verteidigern davon. Die Partie war so einseitig, dass es sich die Razerbacks sogar erlauben konnten, den Verteidigungsspezialisten Aaron Price erfolgreich in der Offensive einzusetzen. Am Ende gab es einen völlig ungefährdeten 42 zu 14 Heimsieg, der den Ravensburgern Platz zwei bescherte. Beim 30-jährigen Jubiläum, was wollen wir mehr? Vizemeister in der Zweite Bundesliga und das mit vielen Eigengewächsen. Besser kann es nicht laufen. Kaum ist die Football-Saison 2017 beendet, beginnen auch bereits die Planungen für die Spielzeit 2018. Am Konzept, stark auf junge Spieler aus dem eigenen Nachwuchs zu setzen, wie etwa Gianmaria Mazziotta, halten die Ravensburger fest. Der Erfolg gibt ihnen recht. Mazziotta etwa bekam gegen Wiesbaden viel Einsatzzeit und war mit zwei Touchdowns maßgeblich am Erfolg der Razerbacks beteiligt. Also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich bin eher ein Freund des Sommers. Mir ist der Herbst einfach zu kalt, zu windig und zu regnerisch im Allgemeinen. Leider macht der Herbst 2017 auch da keine Ausnahme. Kai Zorn weiß genau was. Einen schönen guten Abend. Ich begrüße Sie zum Wetter hier bei Regio TV. Wir haben es mit einer flotten westlichen Strömung zu tun, mit Tief Reinhold. Es bringt uns kühlen Wind und Schauer. Und dieses Tief hier draußen auf dem Atlantik namens Sebastian, das kommt dann am Mittwoch zu uns gezogen mit seinem sogenannten Windfeld. Es wird also noch windiger. Der Dienstag präsentiert sich wechselhaft. Immer wieder kommt es zu Schauern. Am Nachmittag lassen die ein bisschen nach und zumindest vom Breisgau bis Richtung Mannheim zeigt sich dann ein wenig häufiger die Sonne. Die Temperaturen erreichen maximal 15 bis 19 Grad, aber durch diesen sehr, sehr starken Wind fühlt sich das Ganze deutlich kälter an und kühler ist es auch im Hochschwarzwald. Am Mittwoch starten wir anfangs mit Sonne, dann überquert uns eine Front. Zuvor sind es bis zu 20 Grad. Am Donnerstag fällt zum Teil intensiver Regen, vor allem im Norden Baden-Württembergs. Der Freitag wird eine Spur freundlicher. Nutzen Sie es aus. Am Wochenende kommt das nächste Tief mit Regen. Auch in dieser Woche gilt, machen wir einfach das Beste aus dem Wetter und hoffen vielleicht ab nächster Woche mal auf einen schönen Altweibersommer. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und eine gute Zeit und sage Tschüss bis morgen in alter Frische.